Jetzt müssen wir einen anderen Weg finden, darüber. Hmm, der Fackel ist leer. Nächste. Die Säule, wir haben auch noch die Tür links. Die haben wir jetzt nicht benutzt. Die jetzt. Äh, rechts halt, ja, ne? You know what I mean. Bringt uns aber auch. Ich speichere mal, bevor wir jetzt hier scheiße bauen. So, das ist mir ja dann runtergefallen. Den Hebel haben wir da damit aufgemacht. Bringt uns nix. Was aber der Fall sein kann, dass ich die... Okay, hier passiert nix. Da geht die Falltür auf. Da ist ein Hebel. Tada! Mit nix drin? Okay, ja gut, ne Steinplatte. Okay. Wow. Harder Shit. Ja, du fällst runter. Das weiß ich. Da unten war man. Da drüben kommen wir nicht ran. Fliegen können wir nicht. Wir gehen mal nochmal runter. Irgendwas habe ich übersehen. Von hier aus könnte ich das Tor öffnen. Okay. Das war der Hebel für da. Irgendwo ist ein Fehler in der Matrix. Dock, wird da irgendwas dahinter? Meine Fresse. Irgend so ein fetter Affe. Muss irgendwo was übersehen haben. Dieser Kristall strahlt eine seltsame Macht aus. Weil Magie können wir hier nicht nix. Und sonst hat es keine Hilfe gehabt, ne? Magie wirkt hier nicht. Ja, ja. Überspringen brauchen wir dann versuchen. Da sterben wir. Der Schalter war für die eine Tür. Entweder... Übersehe ich hier was, wovon ich gerade ausgehe? Oder ist das irgendwas anderes am Start? Weil hier geht halt nix, ne? Weil das hätte mich jetzt halt... Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Aber ich kriege ja nix. Egal wie ich rangehe, was auf. Sonst geht der Links-Klicke immer. Hier oben irgendwo ein Schalter. Oder ein Hebel. Auch nett. Loch auch nett, dass ich sagen könnte, ich könnte mich irgendwo durchsneaken, ne? Regionalkarte. Das ist das große Tor. Da ist ne Tür. Das rechte müsste auch eine sein. Da kommen wir aber nicht durch. Äh, warte mal. Reine Interesse, was passiert, wenn wir dich auf Distanz killen? Genau, triff's nicht. Ach, das geht im Wechsel auf und zu. Ja, halt die Fresse. Gott, hat uns zwar hart gehittert, aber gegen. Das wusste ich jetzt nicht, dass es im Wechsel geht. So, speichern. Okay, das ist mir jetzt aber auch neu gewesen. So. Dann drehen wir mal an der Winde. Schön, dass halt jungs ein Seil befestigt ist, aber ein Seil dargestellt wird. Hö, hö, hö. Das ist dann jetzt auch nicht brüchig. Hebelschalter an der Decke, irgendwas auch nicht. Da ging's noch lang. Was ist denn jetzt im Teufel? Da bräuchten wir jetzt. Ne, äh, äh. Nautilus. Au, holt Schwert. Junge! Äh. Oh, lauf, 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 lauf. Führ, vier. Wussi, vier, wussi, vier, wussi, vier, wussi, vier, wussi, vier. Uff, war aber knapp Hätte auch schief gehen können Okay, wir haben wieder einen Fred am Start Nice Und das ist Schwert So, machen wir nochmal Licht Fred heben wir uns auf Für später Speichern Gut, dann nochmal Links, links, rechts Rechts, links, links No Jawohl Fast richtig Aber ging dafür ja wieder Dietrich Hab ich schon gelootet Okay So Gut Uiuiuiui Ich bin ja mal richtig vorsichtig bei denen Weil wenn die halt mal scheiße zuhören sind wir am Arsch Das ist ein Hebel Ah, jetzt kommen wir links wieder raus Wo wir uns nicht aufgeregt haben Ah, nee, das war der Durchgang Okay, gut, dann brauchen wir ein Auto Das ist nicht mal einsetzen Auch recht Speichern Ganz wichtig Ganz wichtig Die ist verschlossen Uh, doch nicht Ah, wir haben nochmal Lichtlein, Lichtlein An der Wand Du bist so schön, wunderbar in meiner Hand Ach ja, wie ist man schön Speichern Darf man nie überbewerten Da geht's runter Da ist die andere Winde Warte mal, nee Das war jetzt falsch Das ist die gleiche Winde Uff, muss los War das die Tür Aha Kann sein, dass der Leveldesign ein bisschen ausgerastet ist? Ich frage ja nur Theoretisch dürfte das Toys aber offen sein Wo wir hin möchten Du bist jetzt zu Dann nochmal Oh, was ist, wenn das da hinten jetzt aufging? Warte, mal gucken Nein, Klappe ist noch unten Von dem Pfeil der ganze Zeit da drauf bolzen Es geht die rechts auf Als wenn die dann hinter uns aufgeht Wollen wir nochmal drücken Ja, tut's ja auch So, dann nochmal Lichtlein Ich hab kein Leviathan mehr Weiß nicht, wie wir drüber kommen sollen Sterben so oder so Ich heiße die Spikes Kein Bock jetzt nochmal zurück zu gehen Melevitian zu basteln Doch, ist offen Nee, das wollte ich jetzt nicht Ach, mein Licht ist weg Das merkt er sich gar nicht Ist ja nett Das Problem ist, wir sterben halt auch mit der Nautilose Das ist das Dumme Wir berühren nichts Wir berühren null Wirklich nichts Und sterben Die Logik Wenn wir halt dann mit Leviathan drüber kommen Das ist eine andere Frage So hoch ist die Deckenhöhe jetzt nicht Ist ja auch blöderweise keine Schalter Die gehen halt halt runter So wie es bei dem einen Rätsel nochmal Heiß, wir brauchen Leviathan Müssen rüberfliegen Komm nicht drumrum Heiß, geh nochmal weg Äh, das war Heilung Ja, Leviathan haben wir nicht dabei Äh, fick die Hölle, Alter Jetzt müssen wir aus dem Verlies Erstmal wieder rausfinden Meine Fresse Ich hole eine Fackel raus Wie viel Gold haben wir überhaupt? So eine Arm Ah, geht eigentlich Ich schau trotzdem mal, dass wir uns das selber herstellen Ist günstiger Zack Zack Dann kommt man da links gleich lang Wenn sie runter springen, abrollen Ja, ist okay Chill Äh, Banditenlager Wir sind die Vulkanfesten Wir würden uns Banditenlagern Sieh eigentlich, geht eigentlich aus Muss sie reinschmeißen Ja, sieh geht aus Okay Lass uns handeln Hast du was für mich? Ja 80 Uff Bruder, ne, behalte ich aber Was macht es? 10 Ja, ist egal Unverkäuftig, verkäuftig Das ist ein richtiger Titanhammer Gibt's hier was? Soilschild kann weg Äh, einzelne Amuletten Normaler Goldring Dann natürlich nix Hier auch nicht Hast du Fackeln? Ne, der hat keine Fackeln Der Besen kann auch weg Ja Gut Warenkorb handeln So, dann erstmal In die Warenkorb In die Dann zum westlichen Tempel Von da aus Dann wieder runter wackeln Den ganzen zigtausend Kilometer Und, ähm, ja Dann können wir allerdings auch kurz ins Bedienlager gehen Noch schön schlafen Haia Popo machen Und uns kostenlos Regenerieren Und dann wird er Zurück gehen Fuh Kutulatiratatatatuliatatatat Hm, für die will die nix Hast du noch was für uns? Oh, warte mal Don Esteban weiß, was hier oben gerade passiert Und? Was hat er gesagt? Er kann uns nicht helfen Ja, das sieht ihm ähnlich Wie auch immer Das heißt dann wohl Dass wir auf uns allein gestellt sind Zu riskant Okay Ich wollte es nochmal probieren Habe man vielleicht nochmal skillen sollen Egal Leviathan Drei Stück Mangelt An Flügeln Ist egal Mach mal drei Ich hätte nie das Material verkaufen dürfen Ohne Scheiß Stirb nicht immer nach Aber gut Wir können es nicht mehr ändern Gute Arbeit So Dann hätte ich gerne ein paar Freeds Wir brauchen erstmal Spruchrollen Sehe ich gerade Also so ein aufwendiges Gedöns Wie jetzt bei Patty Hatten wir echt noch nicht Ich brauche Ja, Katie vielleicht auch Die würde ich aber auch selber herstellen Spruchrollen Ich brauche Spruchrollen Leere Spruchrolle Zehn Stück 500 Halt die Fresse Das kann weg Teller Das Ding Alte Münze Unverkäuflich Zwei Schaufeln Eine kann davon auch fort So Ende Oder halten wir uns wirklich? Ja, ich glaube nicht Wir gehen einfach direkt wieder zurück Oder halten wir hier ja auch nicht im Bett Ähm Machen wir mal Fünf Freeds Bei Schlösser knacken oder so müssen wir ja nicht Dann fahren wir unsere Dietrich Tja Der Schriftrollen Der Schriftrollenmacher Lämpchen kann man noch ein paar gebrauchen Vielleicht Kritzel, 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 Kritzel Das sieht gut aus Gell, finde ich auch Nein, Bruder, sollst du die Wackele aufheben? Dann gehen wir mal kurz nach Chemie Tisch noch Äh, Fläschchen fünf Hammer, ich genüge ja, mach mal Ich muss kurz gucken, ob wir noch irgendwas anderes herstellen können Fertig Heldenkrone Wir brauchen nur Fläschchen kaufen Ogurwurzel Wichtelkappe Erfahrung plus Sünder Das ist mir scheißegal Ah, jetzt müssen wir kurz bei irgendwem Äh Ah, wahrscheinlich ist es bei dem, wo wir Trinke kaufen können Wir können noch kurz ein paar Fläschchen kaufen Aber ich würde ja gerne unsere maximale Lebensendege einfach hochprügeln Das war ja er, ne? Ich bra... Fläschchen 90 Stück kosten 400 Kupair Also sonst noch Ne, was? Ich 80 Stück kosten Hög 200 Stück 40 Stück 60 Stück 15 90 49 50 Ah 90 90 Vielen Dank.